Teil 9 von »Die Acht Gesichter am Biwasee« von Max Dautendai. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Ischiyama den Herbstmond aufgehen sehen. Abschnitt 2. Und am nächsten Abend geht der Mond über dem Biwasee bei Ischiyama noch geschichtenreicher auf als sonst. Liebe und der aufgehende Mond machen das Haar wachsen. »Darüber will ich dir gleich eine Geschichte erzählen«, sagte Hasenauge zu mir, und reichte mir ein Schälchen frischen Tee und einen großen Brocken Pfefferminzzucker dazu und drückte mir eine kleine Prise frischen Tabak in die kleine silberne Tabakpfeife. Als einer der schönsten Tempel in Kyoto gebaut werden sollte, erwiesen sich alle Stricke, die den bronzenen Dachfirst auf die Gerüste hinaufwinden sollten, als zu schwach. Darum entschlossen sich alle, die tausende von Frauen in Kyoto, dem Tempel ein Opfer zu bringen und ihr Haar dicht am Kopf abschneiden zu lassen, damit daraus Stricke für den Tempelbau gedreht würden. Es wurde auch wirklich ein 300 Meter langer Haarstrick aus den geopferten Haaren gedreht, und dieser schwarze Strick, der die Dicke eines Männerarms hat, wird noch heute in einer Lacktonne im Tempel von Kyoto aufbewahrt. Die Frau eines japanischen Adeligen, die auch ihr Haar zum Tempelopfer abgeschnitten hatte und die in jener Zeit schwanger war und nahe vor der Stunde des Gebärens stand, erschrak so sehr, als sie sich im Handspiegel sah und ihr Kopf ihr kahlrasiert entgegen glänzte, dass sie sich der Tränen nicht erwehren konnte. Die Tempelgötter nahmen die Schwachheit dieser Frau übel und straften sie an dem Kinde, das sie gebar. Sie schenkten ihr ein kleines Mädchen, aber diesem wuchs nicht ein einziges Haar auf dem Kopf, und wie eine Elfenbeinkugel so glatt, weiß und haarlos blieb die Schädelschale des Kindes. Die Frauen von Kyoto, denen allen daran gelegen war, dass ihr Haar bald wieder wüchse, und die wußten, dass der zunehmende Vollmond den Haarwuchs beschleunigt, taten sich zu Vollmondprozessionen zusammen und Wallfahrten in langen Zügen im Mondschein zu den verschiedenen Kyoto-Tempeln. Jene adelige Dame nahm zu jenen Nachtprozessionen ihr kleines Mädchen mit, in der Hoffnung, der Mond würde dem Kind Haare wachsen lassen. Aber die Prozessionen nützten nichts, und die Mutter war gezwungen, dem Kind Perücken machen zu lassen. Das Mädchen wurde damals von allen Leuten in Kyoto Mondköpfchen genannt, weil es so kahl war wie der Vollmond. Als Mondköpfchen verheiratet wurde, wußte der junge Mann, der sie zur Frau nahm, dass er eine kahlköpfige Frau heiratete. Aber es lag ihm nichts daran, denn er hatte Mondköpfchen immer in schöner, gut sitzender Perücke gesehen, und er hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, wie eine kahlköpfige Frau ohne Perücke aussehen kann. Die Hochzeitsnacht verlief wie die meisten Hochzeitsnächte, für die beiden neuvermählten mit geschlossenen Augen, und das Liebesglück ward nicht gestört. Aber schon in der zweiten Nacht verschob der junge Ehemann erst zufällig, dann scherzend, Mondköpfchens schwarze Perücke. Er spaßte und schob sie ihr bald auf das linke Ohr, bald auf das rechte, bald auf die Nase, bald auf den Nacken zurück, und er kollerte sich neben seiner jungen Frau vor Lachen. Immer, wenn die Frau ernst und liebend ihre Arme ausbreitete, juckte den Mann ein Kobold an den Fingern, so daß er der Perücke erst jedes Mal einen kleinen Puff gab, ehe er seine Frau in die Arme schloss. Dieses geschah in der zweiten Nacht. Aber in der dritten war es überhaupt nicht mehr zum Aushalten. Der junge Mann setzte sich selbst die Perücke auf, so daß die Frau böse wurde, nicht mehr im Zimmer bleiben wollte und sich auf den Altar setzte. Es war dunkel draußen, und er lief ihr mit einem Licht nach. Als er sie perückenlos mit hellleuchtendem Schädel am Altarrand sitzen sah, prustete er vor Lachen, kollerte ins Zimmer zurück und rief, »Ich habe den Vollmond geheiratet!« Bisher hatte Mondköpfchen ihren Namen immer harmlos hingenommen und sich nie darüber erschreckt. Nun aber brach sie in Weinen aus. Am dritten Tage nach der Hochzeit ist es in Japan Sitte, daß die Frau ihre Eltern besucht. Mondköpfchen ließ sich am nächsten Morgen in einer Sänfte in ihr Vaterhaus tragen, weinte sich bei ihrem Vater und ihrer Mutter aus und wollte nicht mehr zu dem Manne zurückkehren, der mit ihrer Perücke spielte und statt der Liebe Gelächter über sie ausschüttete. Aber Vater und Mutter überredeten Mondköpfchen wieder zu ihrem Mann zurückzukehren und versprachen, alles daran zu setzen, ein Mittel ausfindig zu machen, damit ihre Haare wüchsen. Sie sollte sich nur noch eine kurze Wartezeit auferlegen. Mondköpfchens Eltern hatten diesen Rat nur aus Verzweiflung gegeben und mußten jetzt selbst weinen, als ihr Kind zu ihrem Manne zurückgekehrt war. Sie waren ratlos. Plötzlich sagte die alte Frau zu ihrem Mann, »Ich weiß, womit ich die Götter jetzt versöhnen kann. Ich will mein Haar zum zweiten Mal abschneiden und es den Tempelgöttern opfern. Die Götter sind gut und geben mir dann sicher einen Rat für unser Kind.« Die Frau tat so und trug ihr ergrautes, abgeschnittenes Haar zu einer kleinen Schnur geflochten in den Tempel der tausendhändigen Quanon und band dort die Haarschnur um das goldene Handgelenk der tausendfach segenspendenden Göttin. Die Götter versöhnten sich danach mit ihr und gaben ihr in der Nacht einen Rat. Die Frau hörte im Traum eine Stimme, die sagte, »Liebe und Vollmond lassen die Haare wachsen. Schicke dein Kind nach Ischiyama. Wenn es dort den Herbstmond aufgehen sieht, werden Liebe und Mond deinem Kind ein schönes Haar schenken.« Die Mutter erzählte den Traum ihrer Tochter und Mondköpfchen glaubte begeistert an die Weissagung. Und Mondköpfchens Mann, der immer noch lachte, sagte wenig rücksichtsvoll zu seiner jungen Frau, »Reise nur nach dem Biwasee und lass dir dort Haare wachsen. Ich muss mich hier inzwischen von dem Nachtgelächter erholen.« Mondköpfchen reiste an den Biwasee. Im aufgehenden Mondschein sahen die Bewohner von Ischiyama die kahlköpfige junge Frau auf dem Balkon des Rathauses sitzen, wo Mondköpfchen Wohnung genommen hatte. Die frommen Bewohner des Seeortes nannten sie nur die Elfenbeinerner Heilige, weil ihr haarloser Kopf wie vergilbtes altes Elfenbein in der Abenddämmerung leuchtete. Viele lenkten abends vom See her ihre Kähne am Rathaus vorbei, um die bleiche, stille Frau auf dem Altan unter den Sykomorenbäumen sitzen zu sehen, und jeder, der sie sah, dachte sich eine Geschichte über sie aus. Ein junger Adeliger, der ein Landhaus in der Nähe von Ischiyama hatte, hörte durch seine Leute von der fremden Frau, die Abend für Abend den aufgehenden Herbstmond von Ischiyama erwartete, und er richtete es so ein, dass er am Spätnachmittag in einen der Sykomorenbäume am Ufer stieg, wo er hinter den Ästen verborgen Mondköpfchen beobachten konnte, die wie ein Götterbild reglos im Mondschein saß und sich Liebe und Haare wünschte. Bald danach erhielt die junge Frau von dem jungen Adeligen ein Gedicht gesandt, das war mit Goldtusche auf Purpurpapier geschrieben. Das Gedicht erzählte von einem Sykomorenbaum, der ein Mensch werden wollte, um zu ihr zu kommen und neben ihr auf dem Altan zu sitzen. Mondköpfchen freute sich aufrichtig über das schwärmerische Gedicht, und als sie wieder im Mondschein saß und mit der Hand über ihren Kopf strich, fühlte sie zu ihrem Entzücken die ersten Haarspuren, denn sie sehnte sich in dieser Nacht sehr nach ihrem Mann zurück. Am nächsten Tag erhielt sie einen Brief, der sagte ihr, »Ich bin ein Mann, der dich liebt und möchte dich bald vom Altan holen. Lass dich entführen, schöne Frau!« In dieser Nacht sehnte sich Mondköpfchen noch mehr nach ihrem Manne, und ihre Haare wuchsen einen Arm lang, und am Morgen reichten sie ihr bis zum Gürtel. In der nächsten Nacht wuchsen sie ihr beim aufgehenden Mond bis zu den Knien. Mondköpfchen empfing in dieser Nacht einen dritten Brief. Der sprach, »Ich weiß, dass du einen Mann in Tokio hast. Liebe mich, so werde ich ihn töten.« Da erschrak Mondköpfchen, ließ sich noch in derselben Nacht in einem Kahn über den Biwasee fahren und reiste nach Kyoto und zeigte sich und die Briefe ihrem Mann. Als der Mann seine Frau im prächtigen Haar vor sich sah, wurde er still, und seine Augen wurden dunkel vor Bewunderung. Und als er die drei Briefe gelesen hatte, wurden seine Augen finster. Seine Arme breiteten sich aus, und sein Mund, der nicht mehr lachte, sagte, »Komm in meine Arme, wenn du mir jetzt noch treu sein willst, seit du schön bist, und wenn du mir verzeihen kannst, dass ich gelacht habe, als du noch nicht so schön warst. Willst du mir aber eines Tages die Treue brechen, dann tue es lieber jetzt und gehe zu dem Mann, der dir die Briefe geschrieben hat, damit er mich tötet. Denn wenn du mich jetzt verlässt, hat mich schon mein Leben verlassen, und der Tod ist dann nur eine Zeremonie, die ich nicht spüren werde.« Mondköpfchen setzte sich auf die Diele vor ihrem Mann nieder und begann, den Tee zu bereiten. Das bedeutete, dass sie ihn für immer lieben und ihm treu bleiben würde und ihm verziehen hätte. Und Fräulein Hasenauge lächelte ungläubig und erzählte eine neue Geschichte. Ein Spielzeugverkäufer, ein Schilfmattenflechter und ein Holzkohlenhändler saßen eines Abends, ehe der Vollmond über Ischiyama aufging, am Rande der Landstraße nach Ischiyama. Der Spielzeugverkäufer hatte an einer langen Stange ein Bündel Spielsachen hängen, meist aus Watte gearbeitete große Insekten, ungeheure graue und silberne Riesenspinnen, grüne und braune Grashüpfer und Heuschrecken, riesige Libellen mit farbigen Flügeln aus Gelatinepapier. Der Schilfmattenflechter trug ein großes Bündel zusammengerollter, fein geflochtener Schilfmatten auf dem Rücken. Das sah in der Abenddämmerung aus, als trüge er lange Kanonenrohre. Der Kohlenhändler trug einen Korb auf dem Kopf, den er im Gehen balancierte. Drinnen im Korb unter einem Tuch war die feinste Holzkohle, die er selbst zubereitet hatte. Im Straßengraben sitzend, in welchem das Schilf vom See her heranreichte, erzählten sich die drei Kriegsgeschichten. Der eine, der Spielwarenhändler, behauptete, er wäre bei der Einnahme von Peking dabei gewesen. Der Rohrmattenflechter behauptete, er wäre mit vor Port Arthur gelegen. Der Kohlenhändler behauptete, er wäre auf einem Schlachtschiff im chinesischen Meer Heizer gewesen. Aber alle drei verstanden vom Kriegshandwerk so wenig wie eine Katze vom Neujahrsfest. Und ihre Erzählungen waren so drollig, dass ganz Japan sie lachend immer noch weiter erzählt. Der Spielwarenhändler sagte, als wir die Stadtmauern von Peking sahen, liefen unsere Augen wie Spinnen über die Ebene von Peking. Unsere Füße hüpften wie Heuschreckenbeine über die Mauerwelle. Unsere Bayonette, Säbel und Kugeln flogen wie surrende Libellen über die Chinesen her. Aber es war alles umsonst. Ihr wisst, wenn man den Chinesen sticht, haut oder vierteilt, ist dies gerade so unnütz, als wenn man gegen den aufgehenden Vollmond streitet. Die Chinesen stehen immer wieder gesund und unverwundbar vor dir, denn jeder hat tausende von Körpern ineinander geschachtelt, so wie es Spielzeugschachteln gibt, von denen Hunderte ineinander passen. »Womit habt ihr denn die Chinesen umgebracht, wenn sie nicht zu erschießen und nicht zu erschlagen sind?« fragte der Schilfmattenflechter. Der Spielzeughändler blähte sich auf wie eine Schweinsblase, die ein Kinderluftballon werden will. »Oh, wir haben ihnen allen den Rücken gewendet, sodass die Chinesen keines unserer Gesichter sahen und nicht sahen, wie wir lachten, und haben unsere Gewehre in die Luft geschossen, in die Wolken und in den blauen Himmel und haben mit den Bayonetten und den Säbeln in die Luft gestochen und haben nicht gegen die Chinesen, sondern gegen den Himmel gekämpft. Da hat die Chinesen, die Söhne des Himmels, ein großer Schreck erfasst, als sie sahen, dass wir ihren Himmel angriffen. Tausende starben vor Erstaunen, Tausende vor Entsetzen, und Tausende kamen auf den Knien zu uns gekrochen und hatten die Tore zur himmlischen Stadt Peking geöffnet, damit wir ihre Väter und Götter im Himmel nicht bekriegten. »Das ist drollig«, sagte der Schilfmattenhändler, »aber gegen die Russen hättet ihr nicht so kämpfen dürfen. Die Russen haben von den Knien abwärts Kanonenrohre statt der Füße, und immer wenn sie ein Bein heben, können sie mit dem Bein auf dich schießen. Sie heben ihre Beine in die Luft, gerade so, wie meine zusammengerollten Matten lang in die Luft gucken. Und sie brauchen nicht zu zielen, denn ihre Füße haben Augen, die sie Hühneraugen nennen, und diese zielen für sie. Und während ihre Beine gehen und schießen, haben die meisten Essen und Trinkflaschen in den Händen und füttern und tränken jeder sein Maul. So bleiben sie immer stark und kommen nie von Kräften und sind unbesiegbar. »Ja, aber wie habt ihr sie denn besiegt, die Russen?« fragte der Kohlenhändler. »Oh, das war einfach. Das sagt einem jeden doch der helle Verstand, wie man einen Russen besiegt. Nur ein Kohlenhändler wie du kann so dumm fragen, als ob du Kohlenstaub in deinen Augen hättest und nicht wüsstest, dass wir die Russen besiegt haben.« Der Russe lässt doch immer nur seine Beine geradeaus marschieren und schießen, aber seine Augen im Gesicht sehen nichts als das Essen und Trinken vor dem Maul. Darum, wenn die Russen aus Port Arthur auf uns losmarschierten mit ihren schießenden Beinen, stellten wir uns ruhig zu beiden Seiten des Weges auf und ließen sie ruhig an uns vorbei. Dann gingen wir hinter ihnen her, jeder fasste einen Russen am Gürtel und drehte ihn einfach wieder gegen Port Arthur um, in der Richtung auf das Meer zu. Da sie einmal im Gehen waren und sich im Fressen und Saufen nicht stören lassen wollten, marschierten sie auf Port Arthur zurück und liefen dort über die Kaimauer ins Meer, wo sie ertranken. Die Armeen aus der Manchurei aber, die aus dem Norden kamen, drehten wir nach Norden um, so dass sie ruhig zur sibirischen Eisenbahn zurück marschierten. Und die Eisenbahnbeamten, im Glauben, der Krieg sei beendet und die Russen seien Sieger, fuhren die fressenden und saufenden Armeen nach Petersburg zurück, wo sie dann einzogen, immer noch in dem Glauben, dass sie die Sieger wären. In der Zeit besetzten wir die ganze Manchurei, und das menschenleere Port Arthur war unser. »So einfach war es aber doch nicht«, sagte der Kohlenhändler, »denn erst mussten wir die russische Flotte zerstören, wobei ich einer der Haupthelden war.« »Erzähle«, sagten die beiden anderen Helden. »Da ist nichts zu erzählen, das war die allereinfachste Sache von der Welt, die russische Flotte zu vernichten«, wisperte der Kohlenhändler bescheiden wie eine Fledermaus. Eines Morgens dachte ich mir, heute zerstöre ich die russische Flotte, denn ich hatte Sehnsucht nach meiner Frau, und nichts als die russische Flotte hinderte mich, zu meiner Frau zu reisen. Ich steckte mir eine Schachtel Streichhölzer ein, ein paar japanische Zeitungen und ein paar Stückchen Holzkohle. Ich schwamm von meinem Schiff an die Hafenmauer von Port Arthur heran, zündete mir ein Pfeifchen an, setzte mich auf einen Klippenstein und fabrizierte aus meinen japanischen Zeitungen kleine Papierschiffe, wie sie die Schulkinder am Biwasee machen. In jedes Schiffchen steckte ich ein Stückchen Kohle, das war der Schornstein des Schiffes, manche hatten auch zwei oder vier Schornsteine. Die Kohlenstücke zündete ich an, und dann ließ ich meine Schiffe mit dem Südostwind auf Port Arthur los, und sie zogen an der Hafenmauer entlang. Meine kleine Papierflotte wurde augenblicklich von allen Leuchttürmen und Fernrohren auf den Leuchttürmen dem Admiral der russischen Flotte signalisiert. Die russische Flotte verließ sofort in Schlachtreihen den Hafen und umzingelte meine Zeitungspapierflotte. Tausend Schüsse hallten aus den russischen Schiffsbäuchen, und als sich der Rauch verzog, war natürlich meine Papierflotte untergegangen. Auf allen Rahen und auf allen Masten stellten sich nun die russischen Marinesoldaten in Parade auf, um dem sieghaften russischen Admiral ein dreifaches Hurra für seinen Sieg auszubringen. Auf diesen Augenblick hatte ich nur gewartet, denn ich wusste, die Russen hatten ihren Mut mit Schnaps angefeuert, und es musste beim Siegesgeschrei der Tausende und Tausende von Soldaten eine Wolke von Alkoholgasen in der Luft entstehen, und diese Wolke konnte ich mit einem einzigen Streichholz in Brand setzen. So war es auch. Das erste Hurra ließ sich sie zum Vergnügen schreien, aber bei dem zweiten Hurra wäre ich beinahe selbst erstickt, so sehr stank die Luft nach Alkohol. Kaum flackerte das Streichholz auf, so entzündete sich über dem Meer die Alkoholwolke, und eine Flamme pflanzte sich fort von Schiff zu Schiff. Mannschaften und Schiffe vom Alkoholdunst erfüllt explodierten unter Gekrach. Später sagten die Russen uns nach, wir hätten mit Stinkbomben geschossen und mit griechischem Feuer, doch es war nur ihr Alkoholatem, der die ganze Flotte verbrannt hat, als ich mein Streichholz anzündete. Ja, sag mir aber, fragte misstrauisch und kleinlich der Spielzeughändler, sag mir, Kriegskamerad, wie konntest du die Streichholzschachtel trocken erhalten, wenn du von deinem Schiff nach Port Arthur geschwommen bist? Auch der Schilfmattenhändler nickte heftig und ungläubig und bezweifelte gleichfalls, dass eine Streichholzschachtel beim Schwimmen trocken bleiben könnte. »Habe ich euch denn nicht gesagt,« fuhr der Kohlenhändler sie grob an, »dass ich an diesem Morgen Sehnsucht nach meinem Weib hatte. Wisst ihr nicht, was Sehnsucht bedeutet? Sehnsucht haben heißt so heißes Blut kriegen, dass alles ringsum verdorrt.« »Ja, dann verstehen wir, dass deine Streichholzschachtel im Gürtel nicht nass wurde, wenn du Sehnsucht nach deinem Weib hattest, Kriegskamerad,« nickten der Spielzeughändler und der Schilfmattenverkäufer dem Holzkohlenhändler zu. Der Vollmond war inzwischen langsam aus dem Schilf gerollt, betrachtete breit lachend die drei Überhelden und erzählte die Geschichte in ganz Japan weiter. Ende von Teil 9 Gelesen von Hokus Pokus Insten